Da ist das YouTube-Video, das nächste. Schöner Clickbait. 1v9 Clipping Enemy NA-Jungler. Clipping NA-LCS-Jungler. Who is that Pokemon? Boah, ich will auch junglen hier. Jungle macht so viel Spaß. Und mit Support zusammen ist das, glaube ich, richtig nice. Was genau ist illegales Boosting? Wenn dir jemand seine Account-Daten gibt, du gehst auf seinen Account und spielst dann, als wärst du er. Denkst du, Riot wird Ryze bald anpassen? Ryze ist nicht schlecht. Ich glaube sogar, dass wir Ryze bei den Worlds sehen werden. Ich glaube, der ist relativ gut. Aber er ist sehr klanky zu spielen und er macht nicht mehr so viel Spaß wie der Alte. Weil der Alte war halt so Bullshit mit den Schildern. Da hattest du so viel Spielfreiraum. Und bei dem Neuen, ich meine, wenn dich was erwischt, bist du halt tot. Du hast keine Schilder mehr, um das outzupacken. Ich fand den Alten cooler, weil der mehr Playmöglichkeiten gegeben hat. Aber der Neue ist nicht schlecht und die Ulti ist auch super gut einzusetzen. Ich hätte massiv Bock auf Melfight. Full AP Melfight Predator Jungle. Da sehe ich uns jetzt. Das ist natürlich im Early-Game jetzt nicht so bärenstark. Aber wenn wir später hinkommen, dann... Was hat denn der Secondary dabei gehabt? Presence of Mind und Alacrity. So? Das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Egal, machen wir trotzdem. Oh, wir spielen gegen irgendeinen von den Amis, spielen wir hier. Wenn ich mir nicht... Ich glaube, das ist einer von denen, oder? Boah, das generische Team ist super stacked. Ich kenne jeden Einzelnen von denen. Not bad, ja? So, jetzt gucken wir mal, wo ist denn Panda? Channel switched. Panda? Hier ist er schon mal ein... Aha! Gefunden. Hello, hello. Ist er ready für... Ist das... Lira wahrscheinlich von... CG, oder? Ist er CG? Ich kenne tatsächlich jeden Einzelnen von den Gegnern. Die Botlane ist super gut. Boku in der Mitte. Der Toplane ist ein Poppy OTP. Melfight Jungle. Man maxst natürlich die Shard, ne? Mit Predator. Aber... Würdest... Ich schard schon mit W, oder? Du maxst aber das E, nicht das Q. Okay. Ich bin Predator ist allgemein ein bisschen broken. Aber man sieht es eigentlich nur auf... Kragas? Kragas, ja. Ich meine, Kragas ist allgemein, glaube ich, super, super gut aktuell. Ist ja so ein bisschen der neue Flavor of the Month für dieser Jungle in Melfight. Wie geht es bei dir weiter? Erzähl mal was. Lange nichts gehört? Ich habe aktuell Tryouts bei ein paar Teams. Ist schon ein bisschen sagen, bei wem? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ansonsten, ne? Die A1 Liga. Da willst du hin. Ist actually gar nicht bad, ne? Geht, ja. Oh, die kommen zum Teil. Was? Die diben euch? Können die euch diben? Ah, die... Oh, die sind so low. Are you kidding me? Oh, wie? Na, okay. Wann ist er denn? Der Ding ist ja klar. Ich glaube, wenn er unterm Tower bleibt, sind wir actually einfach gut zugehauen können. One for two... One for one, oder? One for... One for one, oder two for two train? Oh, mein Gott. Du willst aber nicht raus, oder? Ich komme da entgegen. Hallo. Mach's fein, würde ich sagen, sogar. Muss halt einfach ein bisschen farben. Sobald ich meine Items habe, geht es richtig los hier. Ja, generell das Game... Wait, Poppies, gegen Pantheon? Ne, der ist ja auch, der fehlt gerade. Ja, ne, ne. Ey, ich gucke, ist mein 60 zu skaten oder so jetzt in den letzten 10 Stunden? Du bist ja richtig am Tryharden gerade. I'm moving. Ist noch fünf, die haben beide keine Flashes. Sieht sehr gut aus. Ich move den Longway. Haben die dann, what? Ne. Wo kommt der raus? Nice. Wie sie da drin standen. Ich habe das so bad gebetet. Ich hätte das ganz anders machen müssen eigentlich. Hat er funktioniert? Ach, ich bin tot. Hast du den Bind noch? Ne, ich habe keinen Bind abgehakt. Der hat noch Flash. Draven... Okay. Nice. Ich gehe noch mal den Paffenheimer. Als würdet ihr reagieren können, Pamda. Sag mal, meinst du, wir sind im früheren Master, Elo? Ne, wir sind jetzt hier im neuen Challenger. Mach rein, hilf? Ja. Okay, ist geflasht. Oh mein Gott, Dravenwolf. Schwierig. Okay, aber... Sie nicht. Nice. Sehr schön. Sehr schön sein. Ähm. Okay. Schön, okay. Ref, ref, ref. Wir verlieren ja sehr viele Flashes. Wenn ich einfach Flash ult, treffe ich da drei von denen. Das ist so bad für mich. Ich bin noch ein bisschen gewöhnt hier an meinem Malfight. Das ist so rock solid, die Performance. Look at this Malfight Mechanics here. Right here, boy. Was ist die, Kim? Jetzt hier einfach hoch, ne? Haben wir noch keinen. Ich weiß nicht, ich komme halt zu nichts. Also ich kann gegen Talir und diese Dinger nicht passend entern. No point. Ja, aber wir sind leider so in der Unterzirbel. Ansonsten würde ich sagen, wir fighten, aber da ist leider keiner von uns gerade. Okay, Dravenitems. Was hat er? WT? Oh, der hat schon... Ja, das ist ehrlich, ja. Dass der so früh schon im R abkaufen kann, leider. Ja, der gute Kollege, der gute Kollege Leroy ist einfach mal ins Reingelaufen. Hat auch mal getestet, ob wir auch wirklich alle noch da sind. Ich sehe mich eigentlich schon auf so einer Sacrifice-Ruhen wie 9-Ult. Hier. Die Sacrifice-Ruhen wie 9-Ulti mit Anzeige. Let's go. Poppies für mich durchgeflasht. Die lebt auch noch, die Poppies, ne? Ja, die war hilf genug. Ja, da haben sie wohl das Game geworfen, ne? Sehr gut. Ich will ja nicht sagen, dass ich mit First-Time-Malfight-Jungle besser bin als ein NA-LCS-Jungler, aber ich bin... Du musst einfach nur deine Stats mit den von Dira kopieren und dann als Bait-Titel nehmen. Da ist das YouTube-Video, das nächste. Schöner Clickpad. 1v9-Clapping-Enemy-NA-Jungler. Clapping-NA-LCS-Jungler. Ich weiß nicht, ob das so gut ist ohne Custer, ne? Okay. Das wäre gut gewesen, wenn ich instant rausgeultet wäre. Allerdings der... Man kann nicht alles haben im Leben. Reaktionszeiten? Lange, lange her, dass ich die mal hatte. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh no! Ah, die ist so weak, die Kiana. Ich will mich one-shottet hier auf dem E-Cleaf. Nein, Panna, du bist doch... Schau dich an, du bist doch Tinky. 3-7-8, ne? Full-Flat-Penetration. Ich meine, wenn du nicht Rock-Solid bist, wer dann auf dem Feld, ja? Ist eher so ein zartes Plänzchen hier. Ein zartes Plänzchen. Kann ich da rein? Oder rein? Ich habe 5 auf Ult. Ah, Kassel ist jetzt. Oh, ist noch... Ey, der hat die 4? Ah, das ist Profi in der Moment. Was ist das, der? Oh... Der hat das nicht erlaubte gemacht. Äh... Kassel kann killen. Kassel kann killen. Yes. Yes. Nein. 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 Ja, geh für mich durch. What the fuck? Sophie, hat's im Körper für dich. Für das zarte Plänzchen. Ich zähl doch alle durch. Äh, ja. Der versucht gleich zu ziehen, oder? Ne, ne? Ich habe keinen Zweiter, halt. Ah, ne. Jetzt müssen. Das zarte Plänzchen. Da war's schon wieder in Gefahr, ja. Ja, aber sag mal, der hat ja meine Ulti gedodged. Ja, meiner auch. Mein Flash-Shooter auch. Dieser hat es zu passt. Nice. Nice Flash, Bro. Oh, da sehe ich ihn. Oh no. Der hat nur Lantan gedrückt. Ich tanke, der kommt durch. Ja, warum tanke ich hier denn? Ja, weil keiner von uns damage machen kann. Okay, der hat aber seine Stopwatch raus. So, jetzt ist er auch ein zartes Plänzchen. Ja, aber das ist, also der ist weniger zart, als ich jetzt antizipieren würde die ganze Zeit, mal sagen. Der hat erst geflasht und jetzt gestopwatcht und ich bin nicht zufrieden mit der Gesamtsituation. Ich weiß nicht, ob du's raushörst. Okay. Ich bin gerade auch. Malphite Jungle. Approved Broken, im Übrigen. Ich spiel den grad zum ersten Mal. Das fühlt sich komplett Bastard an. Gar nö. Wir müssen für den, wir müssen in der Mitte killen. Also ich komm... Okay. Kann ich die Whip spielen? Dann kommen wir jetzt zurück. Können die finishen, Kado? Naja. Nee, die nimm wir nipp. Okay, dann komm ich gleich von hinten und wir töten die alle, ja? Der Monolith! Die können halt nicht schnell jetzt. Ja. Naja. Naja, aber auch Pflanzen. Ah, das ist weg. Ah, der ist auf jeden Fall weg halt. Fuck. Ja, der ist wieder tot. Hör da rein! Ich glaub, wir haben heute keine Möglichkeit mehr, außer rein zu gehen. Nein. Ich hab äh, ein paar Leute auf mir. Ich glaub, das kann er nicht spielen. Alter. Alter, was der? Fuck. Das wirft ja komplett, der Junge. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass Kiana E.Q. mich, äh, fast gewohnschottet hat. Die ist ja auch 5-11. Da musst du schon auch sehen, dass da Potential dahinter steckt. Kommt raus, oder? Ja. 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 Ich hab Angst, dass ich hier... Hast du die? Mhm. Okay. In 48 Sekunden hab ich die nächste Ulde. Ich hab die Schad aus extra Disrespect auf dem Minion neben der Kiana geworfen. Das war zusätzlicher Disrespect, Leute. Oh. Oh. Verkackt von mir, leider. Ich glaub, das kann er nicht aufräumen, oder? Ja. Eigentlich kann er. Oh. So bad von ihm. Er hat die Dings leider verfehlt. Der Lucian könnte vielleicht auch Botlan defen. Zufällig. Dann kann der... Oder Kassadin könnte hochporten. Was halt denn denn so sehr den Kassadin? Äh... Roll of Ages. Unroll, ja. Fleet Footwork halt ihn extrem hart. Zu dem Zeitpunkt. One, two, three. Okay, okay. Okay, buddy! Okay! Oh, ich hab meinen Spell weiter nicht eingeschätzt. Is he over this? Okay. Ich hab meinen Spell weiter nicht eingeschätzt. Ahem. Aber jetzt danach hab ich ihn eingeschätzt. Gott! Okay! Let's win! Das erste Zyra-Game seit Ewigkeiten, das von Laning Phase aus nicht mehr playable war. Ah, ihr habt doch gegen eine gute Botlan... Also ich singe, glaube ich, sogar du, oder? Weiß ich nicht. Also könnten sie ja. Das ist eine gute Botlan. Mal kann ich den Lane mit Zyra 1v2 machen und kann dann hinten raus super viel machen. Aber das Game war jetzt sehr komisch. Puh, äh... 19, 3, 14. First Time Nelfi-Jungle gegen den NA-LCS-Spieler, Leute. Ja, es stimmt wohl, was man sagt, dass diese NA-LCS-Spieler wirklich ganz besonders gut sind. אם das Antônio gegen den Weiß nicht gut entrada, müssen wir vielleicht noch die Zeit erwachsen. Ja, das ist schon so vieländert. Noita-Fliss, dass wir es uns haben. Das war's für heute. Ja, haben wir noch einen Abstufel. Wirklichkeit. Jetzt. Wirklichkeit. Wirklichkeit. Wirklichkeit.